Hallo Leute, ja, es ist die letzte Folge von dieser Staffel von Skyrim, ja, es tut mir leid, aber es muss sein, weil morgen bin ich dann, weil ich bin für eine Woche dann nicht raus, aber ich mache dann immer noch Videos, aber morgen bin ich dann meist Urlaub, so gesagt. Ja, was haben wir letztes Mal getan? Wir haben geheiratet und wir haben zwei Kinder adottiert, ein Junge und ein Mädchen, ja, so wie die meisten auf Facebook geschrieben haben. Ja, wenn ihr immer noch nichts wisst, wie es auf Facebook heißt, gebt einfach Slenderman ein und dann habt ihr ja schon, weil den Namen habe ich noch beibehalten, von dem alten Account, ja. So, das ist völlig egal. Wir müssen weitergehen, weil wir wollen zur Dämmerwacht und da beginnt dann Staffel 2. Ja, ja, mit die Vampire. Ich halte mich da raus. Ja, keine, wann bin ich mir denn? Bei den Göttern, schon wieder ein. Ich bin auf eine Pilgerreise zum Schrein von Azura, der Göttin der Dämmerung. Wenn ihr in den Bergen im Nordosten, ich markiere es auf eurem... Ja, das ist eigentlich schlimm, aber naja. Heute war ein sehr toller Tag. Heute kommt leider nur eine Folge, weil ich war den ganzen Tag weg. Ja, es war eigentlich ein sehr schöner Tag. Und zwar ein sehr, sehr schöner Tag. Ja, es ist fast 1 Uhr Nacht. Wer ist das jetzt? Was willst du weitergehen? Was ist denn mit dich los? Was ist denn mit euch? Hey, warum hat er mich angegriffen? Es gibt noch nicht mal Sinn, warum er mich angegriffen hat, ey. Wer hat da ein Pferd? Wer darf ich das jetzt nehmen? Ähm. Ne, lass mir mal. Oder? Ne, wir gehen. Wir gehen. Wir nehmen einfach mal das Pferd. Ja, was ist... Ja, ich weiß jetzt nicht, was das hier ist. Au. Scheiße. Was ist? Ups. Sind zu weit. Wir sind zu weit gegangen. Wir müssen hier lang. Hui. Was ist das? Wo ist denn das? Ach, hier. Hier ist es. Mei. So. So ist es gefährt. Ne. Er tönt mir. Na ja, du. Das war eigentlich einer der besten Tage meines Lebens. Ja, morgen hoffe ich, es wird auch noch so ein schöner Tag. Das wäre eigentlich noch ein anderer hier. Ja. Er darf dir nicht. Ihr seid ja auch hier, um der Dämmerwacht beizutreten? Ja. Unter uns. Ich bin etwas nervös. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich mit durch dort hingehe. Tja, nun, sagt Israel nicht, dass ich Angst hatte, ihm ganz allein gegenüber zu treten. Alter. Hier sind immer Leute Vampire, aber... Ja, es sind schon viele Vampire umgebracht, oder? Israel wird euch bestimmt sofort aufnehmen. Das heißt nicht immer wahr. Bei mir bin ich mir nicht so sicher. Ich hoffe es jedenfalls. Ich weiß nicht. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.